Moin Lichtsetzer! Ja, es ist schon der Februar vorbei und eigentlich hätte ich ja Februar News machen müssen, also mein Lichtblick Vlog. Ja, jetzt ist inzwischen schon März und ich habe gerade gemerkt, ein bisschen zu spät, aber macht ja nichts. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und deswegen heute hier das Ganze ein bisschen anders, als ich es eigentlich geplant hatte. Aber dazu komme ich gleich und ihr kennt das ja schon. Was erwartet euch heute hier? Es erwartet euch auf jeden Fall das Thema Sinn der Fotografie, Aussichten für den März. Was habe ich vor? Und ein Gadget des Monats habe ich natürlich auch mitgebracht und ein Buch des Monats habe ich noch und Kanal des Monats und Instagram Lichtsetzer Art. Und das Ganze jetzt hier startet es direkt nach dem Intro. Seid gespannt! Ja, schön, dass ihr noch dabei seid. Ja, Intro muss sein, sage ich immer. Also ich habe es ja mal gebaut, also von daher. Nein, also Spaß beiseite. Ich hätte ja eigentlich, mein letzter Lichtblick Vlog war im Januar und eigentlich hätte dann ja eigentlich an einem Februar sein müssen. Und irgendwie bin ich immer noch so ein bisschen am Hin und Her. Ende des Monats, Anfang des Monats. Jetzt hat mich der Februar wieder geholt. Man denkt da mal nicht dran. Hat zwar dieses Jahr mal einen Tag mehr gehabt, aber irgendwie ist der Monat viel zu kurz. Und im Februar steht so viel dermaßen hier an, dass ich da ein bisschen drüber weggekommen bin. Und dadurch, dass ich ja auch so ein paar Sachen mit Kollegen live gemacht habe, so ein paar Livestreams, also ich war bei dem Daniel Nietze, war ich live. Ich war bei dem Sven Klügel kurz live. Hat sich das so ein bisschen verschoben. Dann dazu eben halt, dass ich mich abends denn hier tatsächlich gerade mit der analogen Fotografie beziehungsweise erst mal mit den Kameras beschäftige und da im Moment Videos vorbereite, die noch nicht fertig sind. Aber das kann ich schon mal sagen, analog dauert definitiv länger. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der Februar hat viel, viel Zeit geschluckt. Dazu kommt natürlich, dass wir noch einen großen Garten haben. Und jeder, der einen Garten hat, weiß, Büsche, Bäume kann man nur bis Ende Februar schneiden, ab dem 1. März. Wenn man dann nochmal großartig schneidet, dann kommt hier immer gleich die Dorfpolizei, also die netten Nachbarn und scheißen einen an. Entschuldigung, das wollte ich gar nicht so sagen. Naja, im Prinzip musste ich da ein bisschen Gas geben, zur Deponie fahren, den ganzen Kram wegmachen. Wir waren da letztes Jahr ein bisschen faul, dieses Jahr ein bisschen mehr. Aber ich hoffe mal, das ist alles erledigt. Und dann habe ich heute nochmal eben schnell mein Wohnmobil repariert. Das steht ja schon ein bisschen länger. Da habe ich jetzt endlich die Ersatzteile alle gehabt. Da habe ich gesagt, das muss heute rein, weil ihr seht das ja schon. Ich habe T-Shirt an. Also das Wetter wird besser. Es wird wärmer. Heute war ein richtig sonniger Tag. Es bot sich alles an. Also von daher, ja, Sinn der Fotografie. Das ist eigentlich das. Ach nee, wir machen es erst noch anders. Lichtblick-Flock. Ich hatte ja gesagt, ich möchte das Ganze auf den Donnerstag machen. Das werde ich tatsächlich nicht schaffen. Ja, das ist immer, wenn man eine gute Idee hat und danach feststellt, so gut ist die Idee doch nicht. Also ich werde wirklich dabei bleiben. Ich werde sonntags meine Videos rausbringen. Ab und zu bringe ich mal mittwochs eins raus. Aber das ist nicht mehr garantiert. Das liegt einfach daran, dass sich bei mir beruflich gerade auch ein bisschen was geändert hat. Eine andere Taktung. Und da muss ich der Sache erst mal gerecht werden. Und von daher. Aber ich werde zusehen, dass wir jede Woche was haben. Und ich habe fürs ganze Jahr genug Ideen. Und ich habe auch noch genug Material auf der Festplatte. Aber ich wollte es noch erwähnt haben, weil jeder, der natürlich meinen Kanal schaut und den letzten Lichtblick-Vlog sieht, weiß, Thorsten wollte das Donnerstags machen. Und ich habe ja mal gesagt, ich bleibe hier ehrlich. Ja, manchmal hat man Ideen. Da sollte man vielleicht auch mal eine Stunde länger drüber nachdenken. Das führt mich aber direkt schon zur Überleitung. Eine tolle Idee zu haben und eine Stunde drüber nachzudenken. Ja, das denke ich manchmal auch. Und wenn ich mir dann so ein paar YouTube-Videos der letzten Wochen angucke. Ich habe das ja schon mal zwischendurch thematisiert, auch in meinem Livestream. Da machen sich bei YouTube so ein paar so Sachen gerade auf, wo ich dann sage, okay, also es gibt ja immer so diese schönen Clickbaits. Genau, jetzt fiehlt es mir wieder ein. Clickbait-Titel, so MFT zerstört Vollformat ist im Moment Titel des Monats, also der Clickbait-Titel des Monats. Vielleicht sollte ich da mal eine Kategorie machen. Sorry, aber ganz ehrlich, MFT zerstört Vollformat. Was ist das für ein Blödsinn? Oder ein anderer Titel, Fotografie ist tot. Gut, gut, da sage ich herzliche Grüße, Uwe. Ich weiß, wie du das meinst. Das Ganze ist natürlich mit dem Augenzwinkern und ironisch zu sehen. Aber auch so ein Titel ist natürlich Clickbait ohne Ende. Ja, ich könnte das jetzt hier heute unter den Blickvlog auch schreiben. Aber ich habe schon gesagt, Sinn der Fotografie hat mich ein YouTube-Kollege draufgebracht, während wir miteinander telefoniert haben. Und da wollte ich kurz drüber sprechen. Ich sage mal so, ich war in einem Livestream beim Daniel Nietze. Und mit dem lieben Mirko, Marco, ich habe den Namen schon wieder vergessen, sorry. Ein Kollege aus der Schweiz, auch ein YouTuber. Ich verlinke den Kanal auf jeden Fall mal hier unter. Wir haben uns nett ausgetauscht, wie wichtig ist eigentlich Technik für das Fotografieren, wie wichtig ist der Sensor und haben so ein bisschen hin und her gesprochen. Ich fand das Ganze sehr respektvoll an der Stelle und jeder hat die andere Meinung akzeptiert, was ich ganz wichtig finde in einer Diskussion. Ja, und das war eine nette Diskussion. Und wenn ihr wollt, schaut mal bei Daniel Nietze auf dem Kanal nach und guckt euch das Ganze nochmal an. Das Ganze ist einer Idee entsprungen in einer Diskussion im Hobby-Fotografie-Forum und daraufhin haben wir uns darüber verabredet. Ja, und ich sage mir ganz ehrlich, Sinn der Fotografie, ganz ehrlich, ich sage das jetzt mal ganz deutlich, scheißegal, was ihr für eine Kamera habt, ob das ein, ich habe es gerade gar nicht hier liegen, nämlich nicht, dass es hier klingelt, das Smartphone habt, ob ihr mit einer Pocket 2 oder Pocket 3 Fotos macht oder mit einer Action-Kamera Fotos macht, das ist doch völlig egal. Ob ihr einen MFT-Sensor habt oder einen Vollformat-Sensor habt oder einen APS-C- oder Mittelformat, also das echte Mittelformat, nicht dieses 4x6, sondern das 6x4, also wo wirklich eine 6 vorne ansteht, also daran kann man das sehen, geht raus und macht Fotos. Das ist Sinn der Fotografie. Für mich ist Sinn der Fotografie rauszugehen, tolle Fotos zu machen, für mich tolle Fotos zu machen. Vielleicht gefallen sie jemandem, wenn sie jemandem nicht gefallen, dann ist das auch noch so. Aber ich war draußen und Sinn der Fotografie ist für mich abschalten vom beruflichen Alltag, runterkommen und die Welt aus anderen Perspektiven sehen. Und da kommen wir heute auf jeden Fall nochmal 2-3 Mal drauf zurück. Und das ist für mich Sinn der Fotografie. Ich muss hier bei YouTube nicht diskutieren, ob MFT Vollformat zerstört oder ob APS-C besser ist als Vollformat oder umgekehrt. Das ist doch sowas völlig egal. Wenn ihr eure Bilder irgendwo zeigt, dann werdet ihr gar nicht merken, bzw. derjenige, der sich anschaut, wird nicht merken, mit welcher Kamera er das gemacht hat, sondern der guckt sich das Bild an und sein Auge entscheidet oder das Gehirn entscheidet innerhalb von 3 Sekunden. Das ist normal. Das Bild ist gut und das Bild ist schlecht. So, und nur wir Fotografen, die wir hier unterwegs sind bei YouTube, machen sich darüber Gedanken und treiben da eine Sau durchs Dorf. Und ich sage mir ganz ehrlich, nein, Sinn der Fotografie, das Ganze muss Spaß machen. Wenn ich eine Kamera aussuche, und jetzt mal unabhängig vom Sensor, dann muss ich etwas haben. Und deswegen sage ich auch ganz wichtig, wenn mich jemand mal fragt, ich möchte mir die und die Kamera kaufen, dann sage ich, tu mir einen Gefallen. Geh bitte in ein Fotoladen und lass dir einfach ein paar Kameras, die dir ins Auge fallen, einfach in die Hand geben, ohne dass du überlegst, was für ein Sensor das ist. Sondern schau dir die Kameras an, schau, ob du mit den Händen damit gut zurechtkommst und dass du ein schönes Gefühl hast. Das finde ich extrem wichtig eigentlich in der Fotografie. Das Equipment, was ich nutze, muss mir ja Spaß machen. Es muss mir meinen Arbeitstag erhalten. Und diese Botschaft geht hier wirklich an die Hobbyfotografen, weil Berufsfotografen haben natürlich eine ganz andere Sichtweise und ganz andere Specs, die sie für ihren Berufsalltag brauchen. Das ist auch ganz logisch. Aber die Hobbyfotografen, die normalerweise hier auf YouTube unterwegs sind, macht nicht den Fehler und jagt der neuesten Kamera hinterher ständig und gibt da viel, viel Geld aus, sondern investiert einfach Zeit in die Fotografie. Die ist kostenlos. Die kostet eben halt nur Zeit. Da nehmt ihr aber kein Geld in die Hand. Und geht mit eurer Kamera los und probiert es aus. Und wenn ihr jetzt mal ganz ehrlich seid, dann schaut mal auf euren Shutter-Account, wie viele Fotos ihr mit der Kamera gemacht habt. Also ich weiß es, also mit meiner 6700 bin ich jetzt bei knapp 10.000 Bilder, aber die Kamera habe ich auch erst seit vier Monaten. Muss aber ehrlicherweise dazu sagen, da sind aber auch schon Hochzeiten mit fotografiert worden. Deswegen ist da natürlich schon ein bisschen was drauf. Review bzw. Erfahrungsbericht zur 6700 kommt demnächst mal. Weil so langsam bin ich mit der Kamera warm geworden. Ich bin ja Sony-User. Von daher aber jede neue Kamera, da muss man so ein bisschen angetriggern haben. Aber wenn ihr euren Shutter-Account auslest, ich würde fast eine Wette sagen, die wenigsten werden in dieser kurzen Zeit 10.000 Bilder gemacht haben. Und wenn man dann so guckt nach gebrauchten Equipment, dann sieht man das sehr häufig. Wenn man dann mal nachfragt, so ja, ich möchte mir eine neue Kamera kaufen und möchte meine alte verkaufen. Das ist so häufig so ein Satz bei den ganzen Portalen. Und dann fragt man nach dem Shutter-Account. Und dann höre ich ganz häufig 5000, 6000 Bilder. Und da sage ich mir, nach 5000 bis 6000 Bildern soll ich eine Kamera schon wieder verkaufen? Gut, wenn ich derjenige bin, der immer das Neueste haben möchte, sei es drum. Dann macht das. Ist euer Geld, sage ich ganz ehrlich. Aber für die, die Hobbyfotografie wirklich ein bisschen stärker betreiben wollen, da sage ich mir ganz klar, geht raus und macht Fotos. Probiert es einfach aus. Was möglich ist, geht an die Grenzen der Kamera und ich glaube, ihr habt noch nicht mal alle Funktionen ausprobiert. Also selbst ich habe noch nicht alle Funktionen ausprobiert und ich habe da noch ganz viel auf dem Zettel, was ich ausprobieren möchte. Und geht einfach mal bei und sagt, was kann die Kamera eigentlich? Habe ich überall schon mal mit fotografiert? Auch wenn es nicht unbedingt meine Range ist, die ich normalerweise fotografiere. Oder ihr sucht euch neue Themen. Wenn ihr der normale, ich sage mal, Blümchen-Makrofotograf sei, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern es ist euer Spezialgebiet, dann nehmt doch mal die Linsen und fotografiert eure Verwandtschaft für Porträtbilder. Übrigens eine ganz tolle Idee, eure Verwandtschaft regelmäßig zu fotografieren und die in ein Album zu packen. Wenn ihr das einmal im Jahr macht, dann habt ihr über die Jahre ein schönes Erinnerungsbild Erinnerungsbild eurer Verwandtschaft, eurer Bekanntschaft, also könnt ihr ihr auswählen und könnt ihr so ein bisschen blättern. Und ich sage mal so, ich habe das letztens aus leidiger Erfahrung gemacht, ein trauriges Erlebnis, da ist ein Kumpel von mir gestorben und ich war froh, dass ich ihn noch vor ein paar Monaten fotografiert hatte und ein sehr schönes Foto hatte als Erinnerung. Und auch dafür sind diese Momente der Fotografie natürlich da. Aber natürlich auch die schönen Momente zu generieren dabei. Also kann ich nur empfehlen. Oder wenn ihr Landschaftsfotograf seid, dann geht bewusst in die Stadt und geht mal dabei und nehmt andere Perspektiven. Oder macht Street-Fotografie in dem Moment. Oder ihr sagt, okay, ich fotografiere einfach mal Autos. Also im Moment ist ja früh, es sind noch sehr viele Messen, wo man Autos fotografieren kann für die Leute im Ruhrpott. Demnächst ist wieder die Essen-Motorshow. Nee, das ist eine Ultima-Mess auf jeden Fall. Anfang April, habe ich gerade vorhin gesehen. Es gibt derzeit Camping-Messen. Für die, die Camping machen, kann man ganz viele Fotos fotografieren. Im Frühjahr kommen die ganzen Autohäuser, die wieder irgendwo auf dem öffentlichen Markt ihre Autos ausstellen. Auch da kann man was ausprobieren. Probiert einfach was aus. Und guckt mal, wo ihr da hinkommt und versucht einfach mal andere Sachen zu machen. Und das ist für mich Sinn der Fotografie. Einfach mal das ausreizen, was ich an Technik habe. Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, nicht mehr ganz so viel zu kaufen, weil eigentlich, muss ich sagen, ich habe, glaube ich, alles. Glaube ich jedenfalls bis jetzt. Das kann natürlich in vier Wochen anders sein. Nein, aber eigentlich bin ich der Meinung, das sollte so sein. Ja, was habe ich denn vor, so wenn ich schon über Sinn der Fotografie spreche? Der März ist recht voll. Die erste Woche ist jetzt noch ruhig, da ist noch ein bisschen was vor. Aber dann geht es auch schon in der zweiten Woche los Richtung Essen. Äh, Quatsch, nicht Essen. Richtung Frankfurt. Und in Frankfurt treffe ich mich mit zwei Kollegen. Ich bin zwei Tage dort. Den einen Abend treffe ich mich mit dem einen Kollegen. Kommt dann noch hoffentlich ein kleines Video zu. Er möchte mir immer so einen Aussichtsturm zur Verfügung stellen, beziehungsweise schmackhaft machen. Und ich habe gesagt, okay, lasse ich mich jetzt mal drauf ein. Gucke ich mir an. Ich hoffe natürlich auf einen tollen Sonnenuntergang in der Zeit. Also Sonnenaufgang werde ich nicht schaffen, aber Sonnenuntergang sollte zu schaffen sein. Ja, und an dem Mittwoch, dann werde ich mich mit dem Sven Klügel treffen. Der wird mir dann mit in Frankfurt ein paar Sachen zeigen, die ich noch nicht kenne. Wir haben aber verabredet, definitiv keine Skyline. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja wirklich mal in Frankfurt, die Skyline links liegen zu lassen. Ja, ich bin dann auch wieder im Motel One beim Römer. Mal hoffen, dass diesmal kein Feuerwehr-Alarm ist, aber nicht wie beim letzten Mal. Also wer dann mein letztes Video mit Manuel den Landschaftsknitzler gesehen hat. Ich bin ja nachts aus dem Hotel noch raus, weil da irgend so ein Dussel den Feuerwehrknopf gedrückt hat. Ja, das ist so das für den März. Das ist eine Einwoche. Dann habe ich noch ein paar Tage in Würzburg, die ich noch machen muss. Und dann habe ich noch auf jeden Fall etwas im Harz und auch so zwei, drei andere Sachen. Also der März ist schon voll geplant. Und dann wird natürlich auch dabei eine ganze Menge Videomaterial entstehen. Ach so, genau. Fulda. Ach nee, das ist im April erst. Aber mein Terminkalender fühlt sich gerade so rasant, dass ich teilweise die Wochen schon durcheinander schmeiße. Aber ich kann sagen, Frankfurt steht definitiv. Würzburg steht. Und das eine oder andere Treffen mit den YouTubern steht eben halt auch schon fest. Und man ist im Moment auch schon am Plan, das eine oder andere gemeinschaftlich zu machen. Aber dazu zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, Gadget des Monats. Wie kann es anders sein? Ihr habt das ja mitbekommen. Ich bin in die analoge Fotografie back to the roots oder zurück in die Zukunft. Wie man das so sagen möchte. Keine Ahnung. Also ich habe die analoge Fotografie für mich wieder entdeckt. Naja, und das Ganze ist natürlich fotografieren ist einfach. Entwickeln ist der nächste Schritt. Da habe ich jetzt schon was ausprobiert. Das ist auch gleich schief gegangen, aber macht nichts. Habe ich eben halt keine Bilder. Machen wir das Ganze nochmal von vorne. Aber sobald ich da so sicher bin, dass das Ganze klappt, gibt es natürlich auch dazu ein Video. Ich denke mal auch, das wird in den nächsten drei, vier Wochen passieren. Aber ich habe mir da natürlich Gedanken gemacht. Was mache ich eigentlich, wenn ich die negative, also diese Streifen hier, die hat man ja auch noch von früher. Man hat noch diese Papierfotos im Schrank liegen, aber ich möchte diese ganzen Negative natürlich auch digitalisieren beziehungsweise auf der Festplatte haben. Und ich habe da hinten einen Flachbett-Scanner stehen. Das ist ziemlich anstrengend, ziemlich zeitintensiv. Und ich habe mir gedacht, das muss schneller gehen. Und eigentlich hat man ja alles. Also man hat eine digitale Kamera, man hat auch ein Makroobjektiv. Das habe ich hier auch irgendwo rumliegen. Ja, und ich habe mir den Valoi Easy 35 zugeholt. Und ich mache den mal so ganz vorsichtig im Karton aus. Jetzt fällt hier schon die Hälfte raus. Also hier sind so ein paar Tubus drinne und hier ist so eine Lichtquelle drinne. Das ist auf jeden Fall Gadget des Monats. Ich verlinke euch das Ganze. Ich glaube 269 Euro kostet der Spaß. Ist eigentlich, man könnte sagen, okay, ich könnte mir das Ganze auch mit einem Neuchtisch aufbauen und mit einem Stativ, aber die Möglichkeiten habe ich nicht. Und ich mag das, wenn das in so einem kleinen Karton ist und ich das einfach wieder verstauen kann und wegpacken kann. Und das ist alles in seinem Karton drinne. Und ich kann einfach die Kamera mit den Tubussen da vorne raufschrauben, fokussiere und schiebe die Negative hinunter und mache nur noch Klick, Klick, Klick. Das Ganze auf dem Stativ aufgebaut. Das funktioniert rasend schnell. Also wie gesagt, da mache ich demnächst auf jeden Fall auch ein Video zu. Das würde das Video hier jetzt sprengen und das würde der Sache auch nicht gerecht werden. Ja, Buch des Monats würde ich mal sagen, machen wir zum Sinn der Fotografie. Und dazu wechsle ich einmal auf den Computer und nehme euch dort mit. Ich muss mal eben ganz kurz hier was starten und den Rahmen hier richtig hinziehen, damit ihr das Ganze auch mitbekommt, damit das auch vernünftig ist. So, und ja, jetzt muss ich noch die Bildschirmaufnahme starten. So, das, was ihr jetzt hier seht, ist im Prinzip achtsam fotografieren. Dieses Buch lese ich derzeit. Ich kann euch das jetzt hier nicht in der Kamera so zeigen, weil ich dieses Buch nicht als Printausgabe habe. Ich habe mir das einfach nur digital gekauft, weil ich natürlich, wenn ich viel unterwegs bin und immer Bücher mitschleppen, die haben ein gewisses Gewicht. Aber der Sven Barno schreibt hier wirklich über den Sinn der Fotografie, achtsam fotografieren. Und wenn man so ein bisschen hier runter geht, es geht um die Achtsamkeit, die Essenz der Fotografie, entschleunigen als Teil der fotografischen Prozesse. Ja, gut, das mit dem Achtsamkeitsforscher, das kommt da gar nicht so heftig vor. Aber die Inhalte, die er da eben halt beschreibt und gerade achtsame Porträtstraße- oder Reisefotografie und auch das Glücksprojekt. Ich habe das Buch noch nicht komplett durch, aber das ist ein Buch, was mich im Moment sehr, sehr stark fesselt und ich kann euch das nur empfehlen. Man kann sich hier im D-Punkt Verlag hier auch eine Leseprobe runterladen und kann man sich gerne mal angucken. Also ich kann euch das hier wirklich empfehlen und das macht so wirklich wieder Sinn der Fotografie. Ja, das auf jeden Fall Buch des Monats kann ich euch sehr, sehr stark empfehlen und ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zum Kanal des Monats. Und bevor wir zu dem Kanal des Monats kommen, ich muss hier schon mal ein bisschen was wechseln. Zu diesem Kanal des Monats möchte ich vorher etwas sagen und ich glaube, die Person wird jetzt ein bisschen überrascht sein, aber diese Person hat eigentlich auch den Sinn der Fotografie aus meiner Sicht verstanden. Und zwar ist es ein sehr, sehr lieber Kollege, den ich hier auch über YouTube kennengelernt habe und den ich sehr schätze und er macht etwas, er hat ein super geniales Auge für Motive und gerade für Details. Und er hat kurz nach mir damals gestartet mit einem kleinen YouTube-Kanal und der ist auch noch nicht großartig gewachsen und deswegen nehme ich euch jetzt wieder mit rüber an den Rechner und zeige euch das. Und zwar, das ist der liebe Olaf. Der Kanal heißt ArtOS und ihr seht 71 Abonnenten und ich sage ganz ehrlich, da können noch ein paar Abonnenten mehr dabei sein. Und beim ersten Moment denkt man so, oh, ich bin hier vielleicht auf einem analogen Kanal gelandet, wenn man jetzt diese Bilder sieht. Ich war hier 5 aus 36, abgehoben und solche Sachen. Also ich bin nicht wundern über meine roten Balken, ich gucke die Sachen manchmal ein bisschen mehr. Hier gibt es ein Spezial und ja, der Olaf macht eben halt sehr, sehr tolle Bilder und er hat sich zur Aufgabe gemacht, dass er Sachen eben halt fotografieren geht und sagt, okay, ich mache maximal 36 Bilder. Und aus diesen 36 Bildern, die zeigt ihr euch alle im Schnelldurchlauf, zeigt ihr euch die 5 Besten. Und gerade, wenn man so ein bisschen über Sinn der Fotografie philosophieren möchte oder eben halt über Motive, über das Auge, dann kann ich euch diesen Kanal nur empfehlen. Und ich habe mich mal von Olaf herausfordern lassen. Das ist, wenn man den Mund nicht halten kann. Ich habe das auch mal gemacht. 5 aus 36. Das ist nicht ganz so einfach. Aber ich kann euch das sehr empfehlen und muss auch sagen, ganz tolle Geschichten, die hier mit bei sind. Also ich muss jetzt mal gerade gucken. Ich gehe mal hier in die Videos mal schauen. Und zwar, irgendwo war es denn, was ich total feiere, wenn man das denn suchen muss. Ja, das ist immer, wenn man was suchen muss. Und da ist das... Ach, hätte ich mal vorgeguckt. Also jedenfalls hat Olaf ein... Ich komme mal wieder zurück. Olaf hat dann einen Einkaufswagen fotografiert. Ihr kennt ja diese Unterstände im Supermarkt mit diesen Einkaufswagen. Und so detailreich. Und ich feiere das total, weil ganz ehrlich, da laufen wir jeden Tag oder mindestens einmal die Woche dran vorbei. Und Hand hoch. Wer wäre auf die Idee gekommen, Einkaufswagen beim Supermarkt zu fotografieren? Ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Sinn der Fotografie, er hat Motive gefunden, auch sehr detailreich. Chapeau. Und guckt euch dann das Ganze mal an. Das ist definitiv Kanal des Monats für den Monat März. Oder für den Sinn der Fotografie. Ja, dann habe ich noch eine Sache. Da nehme ich euch gleich wieder mit zurück zum Rechner. Ich bereite das schon mal vor. Und zwar ist es ja auch so, hier geht es auch wieder um die Fotografie. Ja, ihr kennt das ja, Lichtsetzerart. Das ist mein Hashtag bei Instagram. Das heißt, wenn ihr hier mal erscheinen möchtet bei Instagram und mal, dass ich mal ein Bild von euch zeige oder so etwas und ich gehe jetzt hier gleich wieder live rein und gucke da mal, welche Bilder mir so spontan gefallen und dann gucken wir uns das Ganze an und besprechen das kurz. Und ich sage so meine Meinung dazu. Und wenn ihr das möchtet, dann Lichtsetzerart. Lichtsetzerart. Seid nicht böse, wenn ich es nicht sehe, weil Instagram ist ein bisschen zickig im Moment. Das haben die ein oder andere schon gesagt. Man kriegt im Moment nur noch die Top-Beiträge. Man kriegt leider nicht mehr alle Beiträge, jedenfalls nicht am Computer. Am Handy, an den Apps funktioniert es komischerweise anders und teilweise muss ich ein bisschen suchen, aber ich gucke regelmäßig da rein. Und der ein oder andere hat schon mal gemerkt, dann gibt es denn auch mal eine Schwadrone nie an Herzchen. Von meiner Seite wäre mir die Bilder gut gefallen. Also normalerweise versuche ich jedes Foto mir auch anzugucken. Wenn ich mal eins übersehe, nicht böse sein. Das ist nicht böse von mir gemeint, das ist böse von Instagram gemeint. So, wir gehen rüber. Ja, Lichtsetzerart. Hier ist der Hashtag und ihr seht das schon. Das Bild war letzten Monat auch schon da. Das kenne ich schon. Hamburg, tolle Welt. Ich finde es immer noch klasse, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das erste links oben, das entspricht gerade meiner Laune heute, weil das Wetter ist klassisch. Die Sonne ist draußen, es ist wieder Fotografiewetter. Das Wetter wird besser und dieses Bild sagt das sofort. Ihr seht schon 137 Likes, 18 Kommentare. Das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schon ganz klasse, weil 18 Kommentare bei Instagram ist selten. Und wir schauen mal. Und zwar ist das der Matthias Jung Fotografie. Mal gucken, was er geschrieben hat. Zufrieden. Sinn der Fotografie. Er ist auf jeden Fall zufrieden. Das ist schon mal ganz klar. Entspannung pur. Draußen Entschleunigung, Abschalten, Erlebnisse, herrlich Farbenspiel, Sonnenschein. Matthias, wir kennen uns nicht persönlich, aber du sagst gerade alles das, was ich heute gedacht habe, als ich draußen durch die Gegend gelaufen bin. Leider konnte ich nicht fotografieren, aber dein Bild holt mich hier ab. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir super, super gut. Also auch die Lichtstimmung hier so ein bisschen leicht. Diese hier, hier schön vorne die Heide. Ich gehe mal von aus, das Bild ist ein bisschen älter. Ja, es ist schon sieben Wochen alt auf jeden Fall. Ist in der Mellinger Heide. Das wird natürlich nicht dieses Jahr gewesen sein. Ich denke mal, Heideblüte ist ja in der Regel so um August rum. Das wird also aus dem letzten Jahr August sein. Aber Matthias, vielen Dank, dass du uns das Foto jetzt erst zeigst, weil das holt uns jetzt schon mal in den Frühling rein und auch so mit den Sonnenstrahlen. Also ich liebe das ja, wenn jetzt hier so ein Bokeh ist, beziehungsweise hier so Sonnenstrahlen richtig weggehen. Also wenn die Blende schön offen ist. Also ich gehe mal von aus, Blende wird da sehr geschlossen sein, nicht offen. So, dass man halt eben diese Sonnensterne hat. Auch hier, die Bäume sind für mich gar nicht so dominant. Sie sind da, das ist so. Also hier vorne, also ich fange mal von vorne an. Hier vorne die Heide. Dann ist hier schön scharf. Es geht so ein bisschen in das Unscharfe hinein. Das heißt also ein bisschen durch die Ebene. Keine Ahnung, was das ist. Weidezaun, Wandertafel, irgend sowas in der Richtung. Und dann eben halt diese Bäume und eben halt dieses schöne Hinterlicht von der Sonne und auch vom Farbspektrum. Boah, schwieriges Wort. Und dann hier schön hoch in den blauen Himmel. Also richtig klasse Bild, gefällt mir gut. Matthias, ich hoffe, da kommen jetzt noch ein paar Likes zu. Die hast du dir definitiv verdient. Eins meiner Lieblingsbilder. Wäre auch etwas, was ich mir so ausdrucken würde und an die Wand drucken würde. Und da komme ich gleich nochmal ganz kurz zu. So, was sehe ich hier? Da sind Street Fotos bei. Also ich habe das gestern schon mal gesehen, als ich so durchgescolt habe. So abends gucke ich einmal kurz durch. Das wäre jetzt auch so ein typisches, tolles Frühlingsbild oder Road to Nowhere. Also ich wollte ja eigentlich nur zwei Bilder zeigen, aber da ich das jetzt hier gerade sehe. Wir gucken nochmal hin. Oh, der Gerd Zollens. Und ja, auch das klasse mit der Sonne. Gut, ich persönlich hätte jetzt wieder die Streime, aber das ist ein Spleen von mir. Auch das finde ich eigentlich ganz toll, weil das hier hinten so super diesig neblig ist. Und durch diesen Nebel eben halt auch der Nebel hier oben in den Bäumen richtig drin hängt. Und das ist wirklich so die Straße zur Sonne, die Straße ins Nirgendwo. Ich weiß es nicht. Also auch das gefällt mir richtig klasse und gibt natürlich den heutigen Tag extrem wieder. Ich hoffe, die nächsten Tage bleiben so. Ja, so. Wir haben aber Street Fotos und wenn man so viele Street Fotos dabei hat, dann möchte man noch ein bisschen weiter gucken. Und ja, also wenn ihr diesen Hashtag nutzt, ihr seht auch ein paar andere Bilder. Schöne Porträtbilder, das ist das Schöne. Ich liebe jede Art von Fotografie. Ihr könnt mir hier auch Vögel reinpacken. Ich bin zwar kein Wildlife Fotograf, aber ich schaue mir sowas gerne an. Oh, das ist ein ganz starkes Bild. So, Schmidis Vlogs. Ja, kann ich auch empfehlen. Ein YouTube Kollege. Krasses, geiles Bild. Da muss man einen Moment eben drauf gucken, weil das ist wirklich so eine richtig typische Straßenszene. People of Color sitzt auf dem Stuhl. Ich finde das total geil. Ich kann das jetzt leider nicht. Ich weiß nicht, ob es größer kriegen würde. Wahrscheinlich nicht. Ich will es jetzt hier auch nicht versauen. Handschuhe. Gibt er ihm Geld? Gibt er ihm eine Uhr? Irgendetwas? Also man würde jetzt raten, was gibt er ihm? Auf jeden Fall ein Grinsen bei dem Mann im Gesicht. Auch cool hier mit der Brille, so ein bisschen auf Höhe der Augenbrauen. Lichtstimmung total klasse gefunden. Also wirklich auch so, ja. Also ich schätze mal auch, hier oben sind noch Tanzzweige. Das heißt, das wird wohl irgendwo Dezember, Januar gewesen sein. Hier ist noch nichts bepflanzt worden. Ich denke mal, die Stühle sind gerade rausgestellt worden. Wahrscheinlich würde hier unten noch irgendwo eine Kette sein. Klasse Bild. Also der eine Mann ruht sich aus und der andere bekommt was von ihm. Ob das jetzt zufällig ist oder nicht. Also das ist so ein Bild, da kann man viel Fantasie laufen lassen. Also Schmidis, Vlogs, Respekt. Super geiles Bild. Ich hoffe, ich habe morgen ein bisschen Zeit. Ich glaube, ich gehe Street-Fotografies machen. Ja, ob ich dann sowas hinkriege, ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Aber da muss ich sagen, auch das ist ein ganz klasse Foto. Also von daher. Ja, ich sehe schon, ich bin fast bei einer halben Stunde. Und ich denke mal, ich habe auch wieder genug gesabbelt. Ich freue mich, dass ihr hier bei mir seid. Dass ihr meinen Kanal abonniert habt. Dass ihr ein Gefällt mir macht und auch einen Kommentar schreibt. Und eine Bitte hätte ich tatsächlich an dieser Stelle, wenn ihr Kommentare schreibt, positiv wie negativ. Also ihr dürft mir gerne auch Feedback geben. Und ich kriege auch ab und zu mal die eine oder andere E-Mail. Bitte ich um eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das aus einem ganz bewussten Grund. Ich bitte um Respekt. Also ich versuche euch respektvoll gegenüber zu gehen. Ich weiß zwar manchmal auch nicht alles. Manchmal sage ich vielleicht auch was falsch. Dann wird mir das auch gesagt. Das finde ich auch gut. Aber bitte respektvoll. Ich habe auf Deutsch gesagt, so ein, ja, so jemand, der hat so glaube ich drei Gehirnschrauben nur gehabt. Ich muss das mal ganz vorsichtig sein. Der hat unter einem Kommentar was geschrieben. Im ersten Moment habe ich gedacht, okay, ja, ist ein bisschen heftig geschrieben. Habe dann auch nett darauf geantwortet und habe gesagt, okay, ja. Und die nächsten Kommentare waren dann sehr, sehr unverschämt und auch beleidigend. Und dann habe ich ihn natürlich auch gesperrt auf diesem Kanal. Also mit sowas verschwende ich nicht meine Zeit. Wenn es respektvoll ist, auch wenn es kritisch ist, kein Problem. Ich nehme alles an. Ich nehme die Menschen so, wie sie sind. Aber beleidigen lassen muss ich mich hier nicht. In dem Sinne sage ich jetzt, geht raus, macht Fotos. Ihr wisst ja, Sinn der Fotografie. Wir wollen ja was Schönes erleben. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Ich bin wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Thorsten.